Ein Highlight bei der Arbeit ist die Koordination zwischen extern und intern, dass auch bei Sonderwünschen des Kunden alles reibungslos funktioniert. Die Besonderheit an der Ausbildung zum Industriekaufmann ist, dass man verschiedene Abteilungen durchläuft und man dadurch viele Menschen kennenlernt. Eine Herausforderung im Job ist, fokussiert zu bleiben und um den Kopf frei zu bekommen, gehe ich mir Wasser holen. Ich komme gerne hierhin, wir sind ein cooles Team und alle auf einer Wellenlänge.